Die Monde Semilie, mal vor Pleasure. Züchter und Besitzer Gerd Sosat, Hendrik Sosat sitzt im Sattel für den Stedinger Reit- und Pfaffer-Einsturmvogel Berne. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wir notieren das Ergebnis für Diamant de Plaisir und Hendrik Sosat mit einer 8,3 in der Grund- und Endnote.